Du engagierst dich in deiner Freizeit ehrenamtlich, das heißt du bist bei der Feuerwehr oder zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk etc. Jetzt ist es natürlich so, dass du dich fragst, im Einsatz, wenn ein Unfall passiert, gibt es da eine Leistung, bin ich abgesichert oder wie sieht es da speziell aus? Damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen einfach erklärt. Mein Name ist Nico. Das ist natürlich ganz klar, sobald die Gefahren steigen, steigt natürlich auch dementsprechend die Gefahr deinerseits einen Unfall zu erleiden. Nehmen wir mal ein Beispiel, du bist bei der Feuerwehr. Dort wird natürlich mit schweren Material gearbeitet, du steigst auf Leitern, fährst mit einer Hebebühne irgendwo hin bzw. bist natürlich direkt am Unfallort im Einsatz. Das heißt dort sind erhöhte Risiken und dann kann es natürlich auch jederzeit zu Unfällen kommen. Die Frage ist natürlich in dem speziellen Fall, wer leistet, gibt es überhaupt eine Leistung? Nehmen wir mal die ganze Strecke von vornherein. Du wirst zu Hause alarmiert, stürzt die Treppe runter und fällst, hast natürlich dann dementsprechend einen Unfall. Regulär heißt es ja, sobald ein Unfall passiert, muss dieser beim Verlassen des Gebäudes, das heißt dort startet ja der Arbeitsweg bzw. der Weg zur zum Beispiel Feuerwehr in dem Fall und dort wird gesetzlich natürlich von der Unfallversicherung in dem Fall geleistet. In dem speziellen Fall, wenn du zum Beispiel zu Hause in deinen eigenen vier Wänden alarmiert wirst, dann sind Unfälle, die dort in den vier Wänden passieren, auch schon mitversichert. Nicht wie regulär von Haustür zur Arbeitsstelle und wieder zur Haustür zurück, sondern auch schon in deinen Eigenheim bzw. in deinen eigenen vier Wänden sollte was passieren. Dort wird geleistet, nämlich über die Feuerwehrunfallkasse. Natürlich, dementsprechend kannst du natürlich auch zur Feuerwehr, zum Gebäude des Technischen Hilfswerks fahren. Meistens hektisch, weil schließlich ist ja ein Einsatz. Auch da können Unfälle passieren mit deinem Auto, mit deinem Fahrrad etc. pp. In erster Linie heißt es hier, private Vorsorge leistet zuerst. Sollte diese nicht vorherrschen, das heißt du hast keine Absicherung im privaten Bereich, dann auch hier wieder die Feuerwehrunfallkasse. Sehr gut. Wir sind in der Feuerwehr und fahren natürlich dann zum Einsatz. Auch alles, was in diesem Zusammenhang steht, immer Feuerwehrunfallkasse. Solltest du zum Beispiel deinen Weg aus irgendwelchen Gründen verlassen, kurz zum Bäcker reingehen oder irgendwas anderes machen, dann ist dieser Prozess erstmal nicht mitversichert. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel du bringst deine Kinder zur Betreuung und fährst von dort aus dann weiter eben zum Einsatz bzw. zum Beispiel zur Übung bei deiner Feuerwehr. Auch das ist noch mitversichert. Es sind so spezielle Ausnahmen, wie zum Beispiel du hast eine Fahrgemeinschaft, auch das wäre mitversichert. Solltest du aber zum Beispiel nur zum Bäcker fahren, das ist nicht mitversichert. Sollte sich dieser Prozess, also Bäcker, Einkaufen etc. pp. über einen Zeitraum von mehr als zwei Stunden hinziehen, dann ist danach kein Versicherungsschutz mehr vorhanden. Der erlischt eben mit dieser Zeit den Ablauf der zwei Stunden. Sollte es unter zwei Stunden bewerkstelligt worden sein, dann greift dann ab dem Weg wieder direkt zu dieser Feuerwehr in diesem Fall natürlich wieder die Feuerwehrunfallkasse. Das heißt, der Weg ist dann wieder versichert. Ganz wichtig, fahr immer direkt zum Einsatzort bzw. zum Feuerwehrgerätehaus, Montur anziehen, ab ins Feuerwehrauto, dann ist natürlich alles versichert. Solltest du den Weg verlassen, immer schwierig, erstens mal das nachzuweisen bzw. das natürlich dann zu beweisen. Anders sieht es zum Beispiel aus bei Umwegen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Straße gesperrt ist und du musst einen Umweg fahren, das wäre zum Beispiel mitversichert. Immer speziell natürlich zu kontrollieren bzw. es wird kontrolliert und du musst es dann dementsprechend natürlich nachweisen, dass es so war etc. Ein ganz wichtiger Punkt, solltest du zum Beispiel eine längere Strecke fahren und die aber dich schneller zum Beispiel zur Feuerwehr bringen, dann ist dieser Weg versichert. Normalerweise heißt es immer direkt, der kurze Weg. Sollte aber zum Beispiel hier erfahrungsgemäß immer Berufsverkehr sein, immer Stau sein und du fährst zum Beispiel außenrum, eine Umgehungsstraße zum Beispiel, dann ist dieser Weg auch mitversichert. Übrigens nicht nur im Einsatz, sondern auch bei Übungen, bei Fortbildungen, bei Feuerwehrsport etc. pp. Also alles, was hier in diesen Bereich des Ehrenamts mit rein zählt, da bist du versichert. Also nicht nur im Ernstfall, sondern auch schon bei der Übung. Prinzipiell heißt es immer, dass private Vorsorge natürlich zuerst leistet. Das heißt zum Beispiel natürlich deine Kfz-Vollkaskoversicherung oder deine private Unfallversicherung und so weiter und so fort. Sollte eine private Vorsorge nicht abgeschlossen worden sein, dann immer die Feuerwehrunfallkasse verständigen. Die leistet nicht nur bei Personenschäden, das heißt bei Unfällen, die dir passieren, sondern auch bei Sachschäden. Also individuell muss man natürlich wieder prüfen, anzeigen, bei eben dem gesetzlichen Versicherer, in dem Fall natürlich Feuerwehrunfallkasse. Und dementsprechend können Leistungen gezahlt werden. Mein Tipp, fahr nie eingleisig, fahr immer zweigleisig. Warum? Im Freizeitbereich passieren natürlich die meisten Unfälle, Haushalt etc. pp. Das weiß man mittlerweile, denn dort ist dann auf jeden Fall eine Absicherung notwendig. Und das wäre die private Unfallversicherung. Summen bzw. Wartezeiten etc. pp. Das kannst du alles nicht wissen. Das weiß aber dein Experte. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Das heißt, da muss man natürlich ganz individuell schauen, welche Leistungen, welche Wertsteigerung, welche Gliedertaxe etc. pp. Also das sind wichtige Punkte, die man einfach durchgehen muss, durchsprechen muss, damit man weiß, es ist eine Leistung da und die kommt noch on top bzw. ist eine Kombination aus beidem. Stell dir vor, du landest aus irgendwelchen Gründen im Rollstuhl und musst dein Zuhause auf behindertengerecht, auf barrierefrei umbauen. Das kannst du mit der einen Leistung nicht bewerkstelligen. Das geht in die Hunderttausende und dementsprechend brauchst du eine vernünftige Absicherung. Also da immer zweigleisig fahren, das ist wirklich wichtig, damit eben im Ernstfall auch Geld fließen kann und du dementsprechend nicht noch zusätzlich zum körperlichen Leid, zum psychischen Leid noch die finanziellen Nöte bedenken musst. Das muss auf jeden Fall in trockenen Tüchern sein, damit man sich um andere Sachen konzentrieren kann in der Situation als ums Geld. Das muss einfach abgesichert sein. So, das war es kurz und knapp. Das heißt, du bist abgesichert als Fazit über die Feuerwehrunfallkasse. Private Vorsorge ist natürlich immer in Erstleistung. Alles andere kommt dazu. Dementsprechend natürlich privat vernünftig absichern. Alles andere kommt on top. Und dementsprechend natürlich am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo dalassen. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen einfach erklärt. Bis dahin. Ciao. Euer Nico. Das war's für heute.